Der Kinocast Hallo und herzlich willkommen und hallo mal wieder Kate, auch mal wieder da. Hallo. Ja, grüß dich nach so langer Zeit. Ja, ist auch mal Zeit. Pause und so. Nein, alles gut. Wir sind wieder da. Und der Chris ist auch da. Hallo. Hallo, mal wieder Erik. Hallo. No name ever. Denn wir hatten Fisherman's Friends 2 in der Sneak Preview. Es kam überraschend, denn der Film, der eigentlich kommen sollte, kam nicht. Und da wurde uns ein anderer Film gezeigt und deswegen waren wir mit den Tipps völlig blank. Und da kam halt Fisherman's Friends 2. Darüber hört er gleich was. Und ich hatte es ja schon angeteasert. Ich war nochmal im Kino. Und diesmal nach der ganzen Story, die ich ja letztes Mal erzählt habe, mit anderen Kinos, wenn man fremd geht, Kino fremd geht. Das bringt alles nichts. Macht alles keinen Sinn. Innenstadtkinos ist the way. Ist der Shit. Genau, das ist the way. Und genau deswegen bin ich in die Innenstadtkinos gegangen. Und das war sogar, haha, unser Metropol, unser Gloria 1. Ja, guter Mann. Ja, das ist Gloria 1. Und ich habe meinen Platz genommen, den ich immer nehme, wenn ich alleine gehe. 14-1. Genau. Direkt am Fluchtweg. Wenn was ist, bin ich sofort weg. Aber war nicht notwendig. Ich habe Oppenheimer geschaut. Darüber auch später etwas mehr. Und, oh, ich sehe noch Seriensinn jetzt dazu gekommen. Also einmal School Spirits ist heute Thema und Hijack habe ich auch gesehen. Chris, hatten wir da nicht drüber gesprochen? Oder war das Off-Mic? Weiß gar nicht mehr. Hatten wir das schon mal in der Sendung? War es Hijack? Ja, hattest du die nicht empfohlen? Ja, hatte ich mal vorgestellt. In der Sendung, ne? Genau. Ah, gut. Gibt es jetzt ein kleines Update, denn ich habe es mittlerweile auch geschaut. Und fangen wir doch gleich mal an, Chris. Fisherman's Friends 2. Es geht nicht um die Bonbons. Oh, Erik. Heute hoffe ich, dass ganz viele Hörerinnen und Hörer ihre Füße oben haben. Weil manche von Erik kommen heute sehr flach. Wir haben ja auch noch einen Kracher mit Oppenheimer. Ja, ja. Einen Bombenfilm. Ja, sonst bist du derjenige, ne? Ja, heute lässt du echt gar nichts aus. Ich sehe schon. Ja, wir hatten in der Sneak einen Film, der nicht so wirklich geplant war, dass der jetzt schon wohl kommt. Und ich glaube, der wurde tatsächlich vorgezogen, weil die eigentliche Kopie nicht rechtzeitig da war. Und deswegen kamen wir in den Genuss, Fisherman's Friends 2, oder wie er den deutschen Titel noch hat, eine Brise leben. Oh ne, echt? Ja, eine Brise leben. Du weißt ja, der erste war... Ich habe IMDB offen, im Original heißt er One and for All. Ja, genau. Ist natürlich quasi wortwörtlich übersetzt. Ja, ja, ja. Der erste Teil ist ja auch Fisherman's Friends vom Kutter in die Charts. Also ganz liebe Filmindustrie in Deutschland, es ist tatsächlich Pain in the Ass, was ihr da macht mit uns. Aber es sorgt immer wieder für Gelächter bei uns. Ja, aber es ist hauptsächlich Gelächter mit Kopfschütteln und Facepalm. Ja, also vor vielen Jahren, also vor vier Jahren, das hatten wir den ersten Fisherman's Friends in the Sneak auch bei uns. Und ich kann mich erinnern, dass wir alle relativ beschwingt und gut gelaunt aus diesem Film rauskamen, weil es eben die Geschichte erzählt hat damals von diesen Fischern, die auszogen und Shanties zu singen, um auch ihre Heimatstadt und alles zu retten. Und da dann einen Riesenerfolg hatten, damit die Charts gestürmt haben und so weiter. Und da geht es tatsächlich weiter. Also wir setzen an, ein Jahr nach dem Erfolg des ersten Albums und wie es eben so ist, das zweite Album ist immer das Schwerste. Das kennt man auch in der Fußball-Bundesliga. Das erste Jahr nach dem Aufstieg ist alles tibi-tobi, es halt dann verankommt aus Stuttgart. Das zweite Jahr wird dann richtig schwer. Ja, da geht es dann meistens wirklich dem Abgrund wieder entgegen und da muss man gucken, dass man da die Kurve kriegt. Und genau das ist den Fisherman's Friends oder wie der Pferd denen. Die brauchen dringend noch einen neuen Sänger in ihren Reihen. Und den zu finden ist schon nicht so einfach. Es gibt innere Querelen natürlich, weil der Liedsänger, Jim heißt er, Jim ist der Liedsänger, natürlich immer noch sein eigenes Ding, der macht und auch immer noch an seinen Vater denkt, der ja leider im ersten Teil, Achtung, Spoiler, verstorben ist. Und mit dem spricht er tatsächlich auch immer noch, der auch ganz oft da ist. Und der sagt ihm auch so, hey, erzähl das bloß keinem, die halten dich für komplett irre, dass es eigentlich sehr nett ist. Und ja, sie machen sich eben dann auf, ein neues Mitglied zu finden, das zu integrieren und kämpfen dann, weil sie beim Label rausfliegen, kämpfen sie darum, einen Anschlussvertrag doch noch zu kriegen, ein zweites Album veröffentlicht zu können. Weil sie haben einfach noch genügend Musik und Sachen zu erzählen und es geht dann, läuft dann darauf hinaus, dass die Plattenfirma sagt, ja, ihr habt, also euer Verhalten geht gar nicht, es ist alles nicht mehr so zeitgemäß, auch euer Frauenbild ist nicht so zeitgemäß. Und deswegen ist ja auch ein Berater und verschiedene Kurse an die Hand kriegen, was da schon sehr witzig dann einfach auch dargestellt ist. Und es geht im Endeffekt darum, dass sie einen Auftritt kriegen oder dass sie darum kämpfen, beim Glastonbury Festival aufzutreten, weil wenn sie das schaffen, dann sagt die Firma, die Universal Music sagt dann, ja, wenn ihr das schafft, dann bekommt ihr doch noch einen Vertrag für ein zweites Album. Das heißt, sie kämpfen mit inneren Querelen, inneren Problemen, kämpfen gegen die äußeren Sachen und machen das in der aus Teil 1 wirklich bekannten charmant, leicht derben, aber jederzeit komplett herzlichen Art. Der Film ist eingeordnet unter Komödie, Drama und Musik und besser geht es eigentlich gar nicht. Also Drama ist nicht so im großen Stile, aber trotzdem natürlich auch so ein bisschen die Dramen der Welt dabei. Das zeigt sich nämlich dann auch, als in ihrem beschaulichen Dörflein sich eine ehemalige, eine ehemalige Superstarsängerin niederlassen möchte. Und da geht es dann schon los mit, also Aubrey Flynn müsste es, glaube ich, sein, die ihre Karriere quasi beendet hat wegen Ausrasten auf der Bühne, Beschimpfen von Fans, Drogen, Alkohol, was weiß ich, was alles. Und ja, die haucht quasi dem Ganzen auch nochmal so ein bisschen neues Leben ein. Wer jetzt denkt, haha, wahrscheinlich machen die ein Mixtape, weiß ich nicht, sagen wir mal nichts zu. Aber es ist halt wirklich eine schön erzählte Geschichte wieder, eine schön erzählte Geschichte, die wirklich zum ersten Teil passt, wie ich fand. Wieder gespickt auch mit schönen Songs. Also es gab einen Song, den der Erik jetzt die ganze Zeit schon hier mit An der Nordseeküste betitelt. Aber im Original heißt er wirklich Wild Rover. Und das ist halt das, was Klaus und Klaus damals geklaut haben mit An der Nordseeküste. Gecovert. Gecovert, genau. Die haben halt die deutsche Version quasi draus gemacht. Und im Original heißt er No, nay, never, no, nay, never, no more. Will I play the Wild Rover, no, never, no more. Und ich habe schon wieder Bock mitzusingen, weil es einfach echte Laune macht. Einfach mitzuschunkeln, mitzulingsen. Das ist auf Dauer, glaube ich, nicht so meins. Aber in diesen knapp zwei Stunden Film hat es mich tatsächlich mit wieder reingezogen in diese Welt. Weil ich fand die Charaktere relativ glaubwürdig gezeichnet. Alles die Vorlage am Original, an den Originalleuten, die man dann auch im Abspann wieder sieht, ist eigentlich auch ganz gut geglückt von der Art her, wie die halt drauf sind. Es sind halt Fischer aus England oder, ach Gott, aus welcher Region da, was weiß ich was, mit ihrem eigenen Dialekt und dann die Probleme. Cornish, Cornwall und solche, genau. Wenn halt der neue Sänger dann kein Fisherman ist, sondern ein Landwirt, ein Bauer. Allein das ist auch schon so eine Kombination, wo man denkt so, ja, schwierig, aber einfach cool. Ich möchte noch Sam Swainsbury erwähnen, der den Rowan spielt. Den fand ich richtig cool. Das ist ja ein bisschen das jüngste Mitglied immer noch, der damit mit seiner Frau und seinem Kind und alles ausquartiert wurde, weil halt auf der Tour vielleicht fast was passiert wäre. Und einfach, ich fand es ganz arg schön gemacht. Ich fand es, wie gesagt, schön gezeichnet, schön erzählt, sehr, sehr angenehmes Tempo, gute Musik und insgesamt eine ganz runde Sache. Erik, wie ging es dir da? Ja, auf jeden Fall. Also, das kann ich nur komplett beipflichten. Es war so Dramedy-mäßig mit sehr viel Lokalkolorit, würde ich es mal nennen. Und wahrscheinlich, wenn das im Original mit Untertiteln, dann wäre es noch schöner gewesen. Also, ich habe einen Kollegen, der kommt nicht ganz aus der Ecke, sondern ein bisschen weiter nordöstlich, so Richtung Wales hoch. Den verstehe ich schon kaum, also, wenn der richtig loslegt, da ist nix hier mit, ja, irgendwie Englisch, was du in der Schule gelernt hast. Da sind Worte drin, die hast du noch nie gehört. Und du kannst nur hoffen, dass in dem Satz noch andere Worte sind, die du verstehst, damit sich irgendwie der Kontext erschließt oder so. Ja, aber auf jeden Fall echt viel, also viel Musik auch drin und ich muss auch sagen, das ist jetzt nicht meine Musik, die ich jetzt im Auto hören würde oder irgendwas, aber gerade für den Film hat es eigentlich optimal gepasst. Da war auch ständig irgendwie musikalische Untermalung drin und hat auch gut gepasst zu diesen ganzen Landschaften. Es war on point und auch zu den Landschaftsaufnahmen, muss man auch noch sagen, die waren auch sehr schön, finde ich. Und was man ja auch nicht vergessen darf, der Film, du hast das schon erwähnt, so, ja, da passieren ein paar Sachen. Und es ist manchmal so, man denkt sich, okay, ich weiß jetzt, was passiert, das wird so und so laufen, okay. Wenn man schon ein paar Filme gesehen hat, weiß man ja, wie so Mechanismen funktionieren, wie so Drama aufgebaut wird und so. Aber hier ist es dann doch immer wieder ein bisschen anders, denn das basiert alles auf einer wahren Geschichte. Und das wahre Leben ist halt doch etwas anders als ein Hollywood-Drehbuch und man hat jetzt hier nicht bewusst nur ganz viele Kniffe und Wendungen noch mit reingebaut, um das irgendwie besonders dramatisch oder spannend zu machen, sondern man hat es einfach, glaube ich, mehr oder weniger so nacherzählt, wie es war und man sieht auch dann im Abspann unbedingt sitzen bleiben. Ähm, sieht man auch wieder, wie beim ersten Teil, auch schon so reale Szenen von den realen Leuten, die genau die Sachen erlebt haben, die wir im Film jetzt gerade gesehen haben. Und das macht es auch nochmal sehr interessant. Und ja, James Buerfoy wieder als der Chef der Truppe, den mag ich sowieso den Darsteller sein, dem ich den damals bei Night's Tale gesehen habe mit Heath Ledger. Ähm, ja, echt, echt ein cooles Ding. Deswegen, ich wusste gar nicht, ich hatte, glaube ich, mal gehört, dass es den gibt, aber dass der jetzt schon kommt, der startet nämlich im August in Deutschland. Ähm, Ende August, glaube ich, 24. August, so die Drehung. 24. August, genau. Genau, das war mir gar nicht so bewusst, dass der jetzt doch schon so zeitig kommt. Ich hatte den irgendwie nächstes Jahr im Frühjahr verortet, ähm, als ich mal gehört habe, dass der kommt. Aber ja, gut, schöner Sommerfilm, vielleicht sowas für die ganzen... Perfekter Sneakfilm. Open, ja, perfekt auch, vielleicht auch was für die Open-Air-Kinos, da war so eine leicht beschwingte Story mit viel Musik und so, eigentlich optimal. Jetzt, wenn die ganzen Open-Air-Kinos im Sommer wieder öffnen, sollten die den unbedingt zeigen, mit uns Programm nehmen, auch wenn der da ganz neu ist. Meistens zeigen die ja Filme, die schon ein paar Monate älter sind, aber vielleicht doch mal den nehmen. Ja, bringt gute Laune rein ins Publikum. Absolut. Kate, hast du eigentlich den ersten damals gesehen? Nee. Nee. Also ich habe ihn auch nicht nachgeholt oder so. Ja, gibt es bestimmt irgendwo zum Streamen oder vielleicht mal auf Sky oder so. Kannst du, denke ich mal, ruhig mal reingucken. Ich habe gerade mal geschaut, wir hatten den damals in der Sendung 577. Zum Vergleich, heute sind wir bei 772. Also ungefähr vor 200 Folgen und das war am 28. Juli 2019, ist auch schon wieder vier Jahre her. Aber fast genau. Guck mal, heute ist der 23. Juli. 28. Juli, haben wir zumindest drüber gesprochen und wir haben uns auch eine Woche vorher gesehen haben ungefähr. Ja. Sehr, sehr, sehr cool. Empfehlung von uns und ich gebe sieben Punkte und ich habe auch in der Gloria Sneak Gruppe auch eine Weiterempfehlung dargelassen. Ja, geht mir genauso. Ich habe ihm 7,5 gegeben. Das heißt, ich gebe in der Gruppe auch 8. Auf jeden Fall 100% weitere Empfehlung in dem Fall. Weil, einfach schön und tatsächlich pendelt der Film aber zwischen 4 und 10 Punkten aktuell, was schon sehr spannend auch ist. Aber trotzdem, ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Einfach gute Laune, gute Musik. Schön. War ein schöner Ausflug. Top Sneak. Und was können wir denn morgen erwarten? Wie lautet denn der Hinweis? Der lautet, es herrscht Ausnahmezustand. Okay, sind da schon irgendwelche Tipps eingegangen? Ja, einmal Reragou Rendezvous. Das ist schon ein ganz schöner Zogenbrecher. Dann hat eine Katrin gepostet. Ich weiß nicht, ob das zwei einzelne Posts sind, aber, also zwei einzelne Filme sind Tempete und Zoe und Sturm. Keine Ahnung. Und es wurde noch getippt, das Nonnenrennen. Okay. Auf jeden Fall vielen Dank für die Tipps. Ich glaube, die Katrin und die Claudia, ich weiß nicht, ob die schon viel getippt hatten. Nee, ich habe die noch nicht so oft gesehen. Der Martin ja sowieso, der tippt ja öfters mal. Genau, also vielen Dank für die Tipps. Ich habe diesmal noch gar nichts getippt. Ich hatte gerade einen richtigen Flashback, als es hier das Nonnenrennen hatte ich sofort Nonnen auf der Flucht im Kopf. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber. Aber habt ihr auch sofort, wo ihr den Titel gehört habt, irgendwelche Nonnen in Gedankenrennen sehen? Ja, natürlich. Und wisst ihr, was für Nonnen ich gesehen habe vor meinem Auge? So richtig mit Schwarz oder so wie Pinguine? Nee, die von Sister Act. Achso, die von Sister Act. Ja, aber Nonnen auf der Flucht mit Eric Idle und Bobby Paul Trenton. Okay, passt mal auf. Ich habe ja letzte Woche was getippt gehabt und das könnte dann diesmal auch passen. Das werfe ich jetzt rein. Ausnahmezustand. Das trifft nämlich auch zu auf diesen Joyride-The-Trip-Film. Das werde ich jetzt gleich mal hier reinschmeißen. Genau, da haben wir noch einen weiteren Tipp. Sehr schön. Okay, da bin ich mal echt gar gespannt, was dann morgen so kommt. Ich war nochmal im Kino. Jetzt bin ich gespannt. Das war gestern. Und zwar habe ich extra gedacht, ich gehe 17.25 Uhr in die Vorstellung, weil der Film ja sehr lang geht, Oppenheimer. Und das war auch richtig so. Es ging dann echt bis, also da kam ja noch Trailer und alles. Und da war es dann schon, als ich raus bin, 20.40 Uhr oder so. Allerdings ein, was habe ich nicht bedacht, Samstagnachmittag nach Stuttgart reinzufahren. Ist ein bisschen schwierig mit Parkplätzen, also da bei unseren üblichen Sachen. War schon alles sehr voll. Ich habe dann tatsächlich noch ganz hinten in dem, wo wir früher immer mal gestanden haben, in diesem Parkhaus gegenüber von der Hochschule für Technik, war genau ein Parkplatz stand da, war frei. Nein, den habe ich genommen. Da wusste ich, das ist die oberste Etage, das war das Dach. Da wirklich in der hintersten Ecke war einer frei. Den habe ich genommen. Naja, okay. Also, erstmal Trailer hatte ich ja eben gesagt. Was kam für Trailer? Es kam Five Night at Freddy's. Es sah ja jetzt ziemlich cool aus. Einen neuen Trailer habe ich gesehen. Es gab ja diese Krimi-Serie oder Krimi-Reihe mit Kenneth Branagh, wo der irgendwelchen, so ein Detektiv spielt. Ich glaube, Hercule Poirot oder so. Und da gibt es, glaube ich, einen neuen Film, der heißt A Haunting in Venice. Und der Trailer sah echt ziemlich drastisch aus, hätte ich nicht gedacht. Meinst du die Geschichten mit Tod auf dem Nil und der Orient Express und so? Ja, ja, genau. Ja, ja, das war, ich kann den Namen nicht aussprechen. Akül Poirot. Genau, der war das. Genau. Und da kam jetzt ein Trailer, wusste ich gar nicht, dass es den Film gibt. A Haunting in Venice. Scheint im Kino dann zu kommen. Dann sieht gut aus, also kann man mal googlen. Oder vielleicht, ich mache es in die Shownotes mit rein, die YouTube-Links zu den Trailern. Dann neuer Martin Scorsese-Film mit Leonardo DiCaprio, Robert De Niro und so weiter und so fort. Der heißt Killers of the Flower Moon. Natürlich eine, ja, so ein bisschen eine Gangster-Geschichte. Es geht so um die Anfänge von Amerika, wo so die ersten Siedler sich mit Indianern, ich nenne es jetzt mal Indianer, ich weiß nicht, die politisch korrekte, wie nennen sie es, amerikanische Ureinwohner, okay, kann man ja doch mal nennen, mit amerikanischen Ureinwohnern arrangieren und dann Handel treiben und wie das dann eben zu ersten Monopolen kam, die sich dann gegenseitig bekriegt haben und so. Es sah auch ziemlich gut aus, werde ich auch mit verlinken. Dann kam ein Trailer zu einem Netflix-Film, der auf Netflix-Premiere feiert. Das fand ich auch beeindruckend, dass jetzt im Kino schon Trailer kommen für Netflix-Releases. Also nicht Filme, die im Kino laufen und auf Netflix oder die von Netflix produziert sind und im Kino laufen, sondern der läuft einfach nur auf Netflix. Und da machen sie im Kino einen Trailer, der heißt Paradise, ist ein deutscher Film. Und da geht es wohl darum, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man eine Möglichkeit gefunden hat, wie Menschen ihre Lebensjahre, die sie noch haben, quasi wie das so extrahiert werden kann, so als Serum, was dann irgendwelchen reichen Leuten gespritzt werden kann, damit die jünger werden und so. Und da gibt es natürlich auch Kriminalität, dass dann irgendwelche Leute weggefangen werden und denen Lebensjahre genommen werden oder fälschlicherweise auch als Bestrafung werden den Leuten, die kommen halt nicht ins Gefängnis, sondern die werden halt einfach über dieses Serum Lebensjahre entzogen. Sah ziemlich dystopisch aus und gute Darsteller auf jeden Fall. Läuft ab dem 27. Juli, also schon bald, in vier Tagen, um genau zu sein, auf Netflix. Und dann kam auch noch der Trailer für Equalizer 3. Ja, den hatte ich ja schon bei Mission Impossible und so. Ja, war wieder handfest, das war derselbe Trailer. Okay, jetzt zu Oppenheimer. Oppenheimer, ein Drei-Stunden-Brett von Christopher Nolan und gleichzeitig zur selben Zeit lief Barbie im Kino, was dazu geführt hat, dass eine riesenlange Schlange vom Gloria, von dem Moment, wo man die Karten kontrolliert, bis raus auf die Königstraße war. Und man hat deutlich gesehen, wer in welchen Film geht, würde ich mal sagen. Also man konnte es schon so rein vom Aussehen her irgendwie relativ leicht zuordnen, weil die Barbie-Community war doch so eher farbenfroh gekleidet, wenn ich es mal so sagen möchte. Und drinnen standen auch viele, die dann irgendwelche Snacks sich geholt haben. Waren wahrscheinlich auch viele ins Kino gegangen, die sonst eher selten ins Kino gehen. Es löst ja gerade auch einen riesen Hype aus, dieses Barbenheimer und wie sie es alles so nennen. Was ich sehr gut finde, weil es bringt wieder viele Leute dazu, mal ins Kino zu gehen, dieser ganze Hype. Und auch so ein bisschen dieser Beef, der da so angeblich ist zwischen den beiden Filmen und so. Und die ganzen Memes, die da entstehen. Für die Kinos tut es, glaube ich, sehr, sehr gut. Ich konnte leider kein extra Geld ausgeben für Nachos und was zu trinken, weil die Schlange war mir einfach zu lang. Ich habe dann schnell mein Ticket scannen lassen und bin rein. Und ja, worum geht es in Oppenheimer? Es geht nicht so ganz, wie der Trailer vermuten lässt, nur darum, wie haben sie die Atombombe gebaut? Oder wie wurde das alles aufgezogen? Es gab ja mal so eine Serie, die hieß, glaube ich, Manhattan, bin ich mich recht erinnern, so eine Miniserie, wo es darum geht, wie sie da in Los Alamos die ganzen Wissenschaftler interniert haben und dann das Manhattan Project zu entwickeln und durchzuführen. Sondern hier, es beginnt damit, dass wir sehen, wie Oppenheimer quasi noch in jüngeren Jahren, er wird übrigens gespielt von Cillian Murphy, wie er in jüngeren Jahren an der Universität ist und wie er da schon so, würde man sagen, mit Depressionen auch so ein bisschen zu kämpfen hat und sich dann auch, ja, auch dort nicht ganz so gut war mit den ganzen Forschungen und so weiter. Und wie er dann, das wird alles relativ schnell, in kurzen Schnitten springt das dann hin und her an der Zeit. Also bevor die Atombombe fertig gezündet ist, ist der Film sehr, sehr getrieben. Es sind sehr viele kurze Szenen und es wird die Vorgeschichte erzählt von Cillian Murphy, wie er auch diverse Wissenschaftler getroffen hat. Und es wird von hier nach da nach dort gereist, in den Zeiten gesprungen und dann ist auch immer wieder eine Zeitebene drin, wie er dann später in der ganzen McCarthy-Ära als viele, viele Wissenschaftler und prominente Personen, gegen die er ermittelt wurde, wegen eventueller kommunistischer Umtriebe, wo er ja auch vor einem Tribunal sich stellen musste. Und in diesem Tribunal wird auch seine ganze Vergangenheit nochmal aufgearbeitet und das wird uns dann halt wiederum in Rückblenden dann auch erzählt und gezeigt. Und das Ganze, wirklich gerade am Anfang, muss man wirklich sehr viel mitbringen, um dem Film zu folgen. Es ist, also es geht wirklich fast eine Stunde mit relativ kurzen Schnitten, wie er irgendwelche Leute trifft, wie irgendwas Einfluss auf seine Entwicklungen nimmt und dann später in dem Tribunal bestimmte Sachen ausgesagt werden, die wieder dann gezeigt werden, wie das damals war und so weiter und so fort. Bis es dann zu dem eigentlichen Moment kommt, wo er dann berufen wird, dieses Projekt, das Manhattan-Projekt zu leiten, wo dann Matt Damon an ihn herantritt. Der spielt so einen Colonel und dann wird in Los Alamos diese ganze Stadt in New Mexiko quasi aus dem Nichts entsteht dort und am Anfang hat natürlich die USA sehr wenig Ressourcen, sie haben sehr wenig Uran, spaltbares Material, das muss natürlich erstmal alles angereichert werden, um überhaupt erstmal so weit zu kommen. Und inzwischen soll das Team um Robert Oppenheimer diese ganzen theoretischen Fragen beantwortet haben, wie kann das funktionieren, was wird gebaut, wie wird es gebaut, wie wird es gezündet und so weiter und so fort. Was sind die Auswirkungen und er holt sich dafür auch da die besten Wissenschaftler, auf die er zugreifen kann, mit dazu. Und hier auch, man sieht quasi, ich weiß nicht, ist so ein bisschen das Problem, was dann auch Quentin Tarantino, in Anführungszeichen Problem, was Quentin Tarantino mittlerweile hat. Das heißt, wenn Quentin Tarantino einen Film dreht, will irgendwie gefühlt jeder mitmachen. Und hier ist es auch so bei Christopher Nolan, du siehst bis in die kleinste Nebenrolle bekannte Leute, bekannte Gesichter. Du siehst Rami Malek, der eine relativ kleine Rolle hat. Du siehst, ich weiß nicht, Matthias Schweighöfer, der Werner Heisenberg spielt. Also bis in irgendwelche kleinen Nebenrollen, die mal in Rückblenden irgendwie gezeigt werden, siehst du bekannte Gesichter. Und du weißt eigentlich nie, wer hat jetzt eine größere Rolle. Auf wen muss ich jetzt achten? Dann sind gerade am Anfang in diesen Staccato-Sequenzen, wo ganz viele Rückblenden sind, wo du denkst, okay, oh ja, das ist ja der Schauspieler. Okay, das ist bestimmt wichtig. Okay, zack, kommt die nächste Szene, wieder ein anderer Schauspieler. Und dann, ja, und Albert Einstein und das und dies und jenes. Und wir sitzen da so, wow, eine Bilderflut und alles so gut gedreht bei Christopher Nolan. Und das ist Wahnsinn. Also riesige, riesige Bilderflut. Die Musik macht es einem auch nicht sehr einfach, muss ich sagen. Die Musik ist sehr strange teilweise. Es ist jetzt nicht so, dass die einen so ein bisschen an der Hand nimmt und sagt, ja, ich führe dich mal hier so gemütlich durch. Also der Ludwig Goransson, der hier den Soundtrack gemacht hat, sehr, sehr strange in Score abgeliefert. Aber der auch irgendwie passt dazu. Und die Bilder sind der Wahnsinn. Und speziell die letzte Stunde ist auch so mit das Beste, was Christopher Nolan in seiner ganzen Zeit bisher abgeliefert hat. Ich möchte jetzt nicht zu viel verraten und zu viel spoilern, was da kommt und in welche Richtung das dann geht. Und ich wage auch, ach genau, ich habe ja über einen noch gar nicht geredet. Robert Downey Jr., der spielt Robert, nee, Louis Strauss spielt er. Das ist einer, der hat ihn so ein bisschen gefördert, hat ihn in sein Institut geholt, an dem auch Albert Einstein war und so weiter. Und der möchte, hat später Ambitionen, dass er Handelsminister werden möchte unter dem Kabinett von Eisenhower. Und er muss sich dort einer, ja, so eine, so eine, nicht eine Anhörung, aber das ist so ein, es sitzt so ein, so ein, so ein Komitee vor ihm und er muss ein paar Fragen beantworten. Und das ist üblicherweise eine relativ einfache Sache. Das heißt, wenn ein Präsident jemanden als Handelsminister berufen will, ist es eigentlich mehr oder weniger eine Formsache. Allerdings diese Formsache artet hier ein bisschen aus und er muss halt auch Rede und Antwort stehen über Robert Oppenheimer und verstrickt sich dann auch so ein bisschen in Widersprüche und wir sehen dann auch rückblenden, wie das damals war. Und ja, natürlich kommt auch diese ganze Geschichte um Robert Oppenheimer, der ja ein Wissenschaftler ist, der eigentlich, ja, Sachen erfinden möchte, bauen möchte für das Gute und der aber jüdische Wurzeln hat. Und als damals Hitler, die, ja, den Krieg anfängt, dann und der Faschismus immer weiter vordringt in Europa, sieht er halt wirklich eine ganz große Gefahr und sagt auch, er macht dieses Projekt, diese Bombe, baut er um eben Nazi-Deutschland Einhalt zu gebieten, weil es die erste Kernspaltung ist auch deutschen Wissenschaftlern gelungen. Und die internationalen Wissenschaftler, die haben halt auch Angst, dass mittlerweile oder dass Deutschland dann irgendwann es schafft, dann auch die Bombe als erste zu haben, was natürlich fatal gewesen wäre. Und deswegen werden alle Ressourcen da reingesteckt, damit eben die Alliierten die Bombe zuerst haben und später kommt es dann noch zu einem Wettlauf mit den Russen, die auch an der Bombe forschen. Und ja, und als natürlich dann Nazi-Deutschland besiegt ist und das US-Militär trotzdem weiter die Bombe haben möchte, ist natürlich Robert Oppenheimer da gar nicht mehr so amused darüber, weil er sagt ja, der Krieg ist eigentlich beendet und sie wollen das aber einsetzen in Japan und er muss denen sogar noch mithelfen, das Ziel auszusuchen und wird dann auch nach dem Krieg, ist er auch dafür, dass dieses ganze Thema mit Atombomben, dass da ein internationales Moratorium, dass die Großmächte zusammenarbeiten sollten, was dann später in der Phase der eher rechtsgerichteten US-Regierung gar nicht gut ankommt. Und er muss dann Rede und Antwort stehen und darum geht es halt auch in diesem letzten Teil des Films. Und ja, ich habe jetzt sehr viel erzählt, das ist natürlich auch sehr viel Story in drei Stunden Film und ich hoffe, ich konnte ein bisschen Lust machen. Es ist auf jeden Fall absolut großartige Darsteller hier, bis in die kleinsten Nebenrollen, wobei die Nebenrollen, wie gesagt, ein bisschen zu überprominent besetzt sind, aber ja, es ist wirklich fast ein Ensemble-Film, weil wirklich, man kennt fast jeden, der da irgendwie mal vorbeiläuft und wenn man sich nur mal den Cast durchliest in der IMDb vielleicht, also man muss schon sehr weit scrollen, bis man mal zu einem Namen kommt, den man nicht kennt oder den man noch gerade nicht zuordnen kann im Gesicht. Und es ist ein mehr oder weniger perfekter Christopher Nolan-Film, wahrscheinlich der beste Christopher Nolan-Film, den er je gemacht hat. Mal gucken, was da noch kommt, deswegen sage ich wahrscheinlich, also er ist ja noch jung, er kann ja noch ein paar Filme drehen und es gab nach der Vorführung wirklich langen Applaus im Saal, habe ich auch so, also nur mal bei einer Sneak, die richtig gut war oder richtig scheiße war, gab es ja Applaus, wenn die scheiße war, haben sich alle gefreut, dass es vorbei ist oder haben ironisch applaudiert oder bei einem Film, der richtig gut überrascht hat und hier war es halt auch wirklich eher so dieser ernst gemeinte Applaus, weil man gerade was richtig Gutes gesehen hat und ja, drei Stunden auf jeden Fall wert. Wenn ihr die Möglichkeit habt, in ein Kino zu gehen mit einem bequemen Sessel, würde ich euch das empfehlen, denn drei Stunden sind echt nicht wenig und geht vielleicht, nehmt euch meins als Beispiel, geht nicht zu spät hin, obwohl ich war nicht zu spät da eigentlich, aber es war halt wirklich eine riesenlange Schlange. Ich bin eigentlich immer so eine Viertelstunde, 20 Minuten vor Filmbeginn da, aber die Schlange war einfach zu lang, geht vielleicht ein bisschen vorher hin, wenn da gleichzeitig noch andere Filme laufen, damit ihr euch noch was zu schnurpsen mitnehmen könnt und was zu trinken und genießt die Zeit, lasst euch entführen in die Welt. Ich tippe hier mal wirklich auf drei bis vier Oscar-Nominierungen und allein deswegen sollte man den Film gesehen haben. Ja, Empfehlung von mir. Ich weiß nicht, ob ihr es schafft, ins Kino in diesen Film zu gehen. Nicht für drei Stunden. Vielleicht eher nicht, aber es ist echt wert, der Film. Wenn der mal im Home-Kino läuft, dann wahrscheinlich auch vier, fünf Tage verteilt, schaue ich den aber. Ja, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, den verteilt zu schauen. Es ist wirklich, dadurch, dass auch viel hin und her verwiesen wird und was man sieht, wenn man das wirklich hintereinander weg sieht, kann man das gut zuordnen. Wenn man da Pausen macht oder auch wenn man vielleicht abgelenkt ist vom Handy oder von irgendwas anderem. Ich weiß nicht, ob der Film da noch funktioniert. Das ist, glaube ich, wirklich ein Kinofilm, den man im Kino gesehen haben sollte. Ob es jetzt unbedingt das IMAX braucht? Ich hatte ja auch kurzzeitig überlegt, ob ich dafür ins IMAX gehe. Der ist ja auf IMAX gedreht. Weiß ich nicht. Aber ja, genießt den Film auf jeden Fall. Ich habe gesehen, die IMAX-Vorstellungen waren eh ausverkauft. Also der scheint richtig gut zu laufen und ja, tut auch den Kinos gut. Aber Barbie gleichzeitig war auch ausverkauft. Ich glaube, den kann man sich eher mal zu Hause angucken, den Barbie-Film als Oppenheimer. Der braucht die große Leinwand und die ungeteilte Aufmerksamkeit. So, viel erzählt. Die Tasche aber erzählt. Was läuft denn noch alles so? Achso, vielleicht noch eine Wertung von mir, neun Punkte? Ja, genau. Und was läuft denn an und was ist in den Charts? So, warte mal, die Charts. Jetzt muss ich erst mal ein bisschen vorspringen, was haben wir? Ja, das ist 13. bis 16. Juli. Also da sind jetzt natürlich Barbie und Oppenheimer noch nicht dabei. Da geht es los mit der 5. Das ist Insidious, The Red Door in Deutschland. Also immer noch nicht die Innenstadtkinos. Die kriegen wir, denke ich mal, nächste Woche wieder. Und ja, jetzt erst mal komplett Deutschland. Es war gerade etwas verwirrt, weil ich hatte hier von den letzten Jahren immer die Charts gerade. Zum Beispiel 2007 war. Du musst auf das oberste klicken. Ja, achso, danke, Erik. 2007 war auf Platz 1 Harry Potter and the Order of the Phoenix. Und 2011 Harry Potter and the Delphi Hallows Part 2. Und 2016 Independence Day Resurrence. Und Minions, The Speak of Me 3, Minions, The Speak of Me 2 und Madagaskar. I like to move it, move it. So, aber du hast Platz 5 gemacht. Warte, ich mache Platz 4 Elemental, der Disney-Film. Platz 3, Ladybug und Cat Noir, Awakening. Platz Nummer 2, nicht mehr auf der 1 ist der, 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 Indiana Jones and the Dialogue of Destiny. Hat jetzt in Deutschland 10 Millionen eingespielt. Das ist auch nicht schlecht für Deutschland. Platz 1, Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1. Kann ich auch empfehlen. Also momentan echt gute Filme ins Kino. Was läuft denn diese Woche an? Muss ich diese Woche schon wieder extra ins Kino? Erzähl mal, Chris, was läuft denn an? Oh ja, ich sehe schon, ich muss nochmal extra ins Kino. Ja, Lassi, ein neues Abenteuer. Oder meintest du was anderes? Du meintest Last Contact, oder? Nee, Lassi, das sah echt nicht schlecht aus. War es schon Lassi? Der Trailer sah nicht schlecht aus. Ich glaube da... Der berühmtesten Collie-Hundin der Welt, die mit dem jungen Flo ein saubervoller Abenteuer im Südtirol verbringt. Und ich erinnere mich, es kam doch vor ein paar Jahren schon mal ein Lassi-Film und da hat jemand seinen Hund mit ins Kino genommen. Und das fand ich damals ziemlich unverantwortlich, wenn ich ehrlich bin. Ja, das ist nichts für Hunde. Ich denke nicht, dass da Hunde sein sollten, auch wegen der Lautstärke. Aber das... Ja. Talk to me sieht aber auch gut aus. Ja, dafür haben wir auch was zu verlosen. Dazu kommen wir dann später noch. Also hört dann mal weiter rein. Es läuft an Talk to me, ein australischer Horrorfilm. Und da gibt es nachher ein paar Freikarten zu gewinnen. Also horch dann mal weiter zu. Da geht es um eine Gruppe Jugendlicher, die mithilfe einer mysteriösen Handskulptur Tote aus dem Jenseits beschwören, bis die Seancen plötzlich in tödlichen Ernst umschlagen. Aber das Plakat sieht cool aus. Das ist glaube ich was für Kate. Es startet auch Geistervilla. Disney-Familienfilm über eine erlerneziehende Mutter, die eine bunte Truppe anhört, um ihr neues, von Geistern heimgesuchtes Haus zu exorzieren. Da stelle ich nur eine Frage. Wenn du Geister hast, who you gonna call? Ja, ob der Film gut läuft, weiß ich auch nicht. Der Trailer sah irgendwie nicht besonders aus. Der kommt dann eh bald auf dem Streaming-Dienst. Denke ich auch. Last Contact, ein dystopischer Science-Fiction-Thriller über vier Soldatinnen, die auf einer Militärbasis inmitten des Ozeans auf Ablösung warten. Das ist irgendwie so, ich glaube so Waterworld-mäßig, da ist irgendwie alles untergegangen und da gibt es nur noch so ein paar Militärbasen und so. Hatte ich mal den Trailer gesehen, sah ganz cool aus. Okay. Dann startet ein Film, der könnte der neue Lieblingsfilm von Erik werden. Salamandra. Französisches Drama über eine 40-jährige Europäerin, die nach dem Tod ihres Vaters nach Brasilien reist und einen jungen Brasilianer kennenlernt. Warum sollte es mein Lieblingsfilm werden? Naja, französisch, 40-jährige Europäerin, Drama, Brasilien. Was habe ich denn mit Brasilien am Hut? Nix, gar nix. Gar nix. Verrückt nach Figaro. Eine romantische Komödie über eine erfolgreiche junge Fondsmanagerin, die ihren Job und ihren langjährigen Freund verlässt, um in den schottischen Highlands ihrem Lebenstraum zu folgen, Opernsängerin zu werden. Aha. Ja, das ist ein ganz schwieriger Ausnahmezustand. Dann haben wir noch ein italienisches Drama mit Penelope Cruz als liebende, aber überforderte Mutter dreier Kinder im Rom der 70er Jahre. Und zwar Limensita, meine fantastische Mutter. Okay. Brothers Keeper läuft auch noch ein. Ich nehme mal ein türkischer Film. Yusuf und Memo sind beste Freunde. Gemeinsam wachsen sie im osttürkischen Bitlis in einem Internat für kurdische Jungen auf. Als Memo plötzlich krank wird, ist Yusuf auf einmal alleine dort in den sowieso schon einsamen Bergen Ost-Anaturians. Denn wirklich helfen will zunächst niemand. Yusuf muss gegen Bürokratie und die Schulbehörden ankämpfen wie Don Quixote gegen die Windmühlen. Den Ernst der Lage begreifen die Verantwortlichen erst, als es schon fast zu spät ist. Sie beschließen, Memo muss ins Krankenhaus gebracht werden. Doch vorher wird die Schule unglücklicherweise eingeschneit und hinter den Türen beginnt die Debatte über Schuld und Unschuld. Ich habe auch noch einen Neustart. Rocky Arani Kiprem Kahani. Rocky Randhava Ranversing, ein reicher und verwöhner Frauenheld, lebt mit seiner Großfamilie in Delhi. Als der Familie wegen Geldwäsche beschuldigt wird, schickt die Regierung die Wirtschaftsprüferin Rani Chatterjee. Rocky versucht sie zu beeindrucken, während Rani seine Finanzen überprüft. Anfangs skeptisch beginnt Rani, Rocky zu mögen, als er zeigt, dass er an sich arbeiten kann. Doch als Rocky die wahren Drahtzieher der Anschuldigung entdeckt, muss er Rani überzeugen. Bei der Hochzeit seiner Schwester entlauft er die Rivalen und gewinnt Rani für sich. Adrian! Adrian! Es läuft auch noch an, nämlich am 1. August ist so ein Wiederaufführungstermin, ist zwar jetzt nicht ganz so in dieser Woche mit drin, aber ich will es vielleicht hier schon mal nennen. Das Parfüm ist in dieser Reihe Best of Cinema und muss eigentlich das Parfüm immer noch gelesen werden in der Schule? Ist das noch Thema? Weißt du da was, Chris? Ist nicht ganz dein Bereich? Gerade aktuell glaube ich nicht, so eine Realschule zumindest nicht. War ja damals, zum damaligen Zeitpunkt ein Riesenakt, das Ding zu produzieren, kann ich mich erinnern. Regie Tom Tück war, der ja auch Lola Rente gemacht hat. Prominent besetzt mit Ben Whishaw, Dustin Hoffman, Alan Rickman und wirklich eine internationale Co-Produktion und diese Verfilmung dieses Bestsellers, wo ja viele gedacht haben, das ist ja eigentlich nicht verfilmbar, diese Art und Weise und wie man das so darstellen kann. Und ja, wer es noch nicht kennt, also Jean-Baptiste Grenouille, der hat ein besonderes Talent. Er hat eine ganz, ganz feine Nase und geht dann auch in so eine Schule, wo so Parfüm hergestellt wird. Dustin Hoffman macht ihn da zu seinem Gesellen und da geht für ihn halt ein Traum in Erfüllung in L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E., dieses Handwerk des Parfümeurs von der, von der Pike auf und er versucht dann halt immer mehr Parfums zu kreieren und stellt dann halt fest, dass es eine Möglichkeit gibt, so einen, einen Duft zu kreieren, der wirklich alle Menschen total in Bann zieht und verrückt macht. Dumm nur, dass es halt damit zu tun hat, dass er Leute auch umbringen muss und dann daraus das gewinnen kann und sehr, sehr guter Film eigentlich. Also hat mich damals, ich bin da auch ins Kino und der hat mich echt umgehauen. Im Gegensatz zu anderen Filmen, die extrem gehypt waren, die mich nicht so umgehauen haben, aber der fand ich, den fand ich richtig gut. Habt ihr den auch gesehen? Ja, bestimmt. Kenn ich ja, ja. Ja, ich hab den mehr als einmal gesehen. Das ist echt gut. Also wie auch das dargestellt wird, wie die Düfte, das kannst du ja halt im Kino nicht, es ist halt nur Bild und Ton. Und wie das dargestellt wird, ist schon echt wahnsinnig überzeugend und gut gemacht. Und ich glaube, der funktioniert auch immer noch sehr gut, der Film. Deswegen, ihr habt die Chance, den jetzt ab 1. August nochmal zu sehen. Das ist quasi der August-Best-of-Cinema-Film. Nutzt das. Ich glaube, war das nächsten Monat oder übernächsten? Kommt Universal Soldier, hab ich schon einen Teaser gesehen. Als Best-of-Cinema. Da war ich damals auch im Kino, muss ich sagen. Ja, Roland Emmerich. Nach Stargate war das, glaube ich. War das Nachstargate oder Vorstargate? Ich weiß nicht genau. Gucke ich nochmal nach. Jo, dann. Was haben wir denn hier? Ach ja, News. News, News. News. So, ein, was wollte der Chris nicht machen, dann mache ich das. Es ist Zeugnistag in den Innenstadtkinos. Wenn die Mathe-Note den Ticketpreis ergibt, ist am Mittwoch, den 26. Juli. Das heißt, wenn ihr eine gute Note habt, zum Beispiel eine Eins, dann kostet euch die Vorstellung, das Kino-Ticket an dem Tag nur ein Euro. Und selbst wenn ihr eine Fünf habt, kostet es nur fünf Euro. Nur mal so als Vergleich, ich habe elf Euro für Oppenheimer bezahlt. Das heißt, selbst wenn ihr eine Fünf habt, kostet es euch nur die Hälfte. Ja, und es gibt aber auch Schülerinnen und Schüler da draußen, die einfach extrem gute Zeugnisse haben, aber keine Ahnung von Mathe, die werden da auch schon benachteiligt. Noch ein zweiter Punkt zu meinem, was ich schon mal gesagt habe. Ich finde die halt so nicht so gelungen seit Jahren. Lass doch den Leuten mal ihre Freude. Also, es kann ja jeder, jeder spart ja dadurch sogar, ne? Das muss mehr. Ja, super. Super, aber du sparst, aber musst an der Kasse offenbaren, was du in der Runde fünft hast. Alles andere kannst du bitte direkt mit den Innenstadtkinos diskutieren. Du hast die Kontakte dahin. Ja, da kann ich nichts dafür. Ich bin der Überbringer dieser Nachricht, ja. Klingt mir den Kopf des Boten. Don't kill the messenger. So, also, ihr könnt da reingehen ins Kino. 26. Juli, ihr habt jetzt gehört, was für geile Filme laufen. Geht in Barbie, geht in Oppenheimer, geht in Mission Impossible, geht in, was hat Lassi? Lassi, genau, Lassi startet auch. Und, ne, am 26. noch nicht. Entschuldigung, Mittwoch ist das ja erst. Ähm, genau. Also, bis Mittwoch. Auf jeden Fall die anderen genannten Filme könnt ihr da sehen. Und ihr spart dadurch richtig Kohle, ja. Rein ins Kino, in eure Innenstadtkinos in Stuttgart. Wo sind sie zu finden? Natürlich in der Innenstadt. Deswegen heißen die auch so. Okay, was haben wir noch? Ähm, das zweite Ding. Ah, genau. Wir hatten ja vorhin schon Re-Ragout-Rendezvous mitgetippt bei den Sneak-Tipps. Und ich bin ja ein absoluter Fan der Reihe. Und, ähm, ich werde versuchen, ob ich es schaffe. Denn es ist was geplant, dass die Darsteller Sebastian Betzel, Simon Schwarz, Lisa Maria, Potthoff ins Gloria kommen. Das ist quasi so, als wenn die Top-Riege von eurer Lieblingsfilmreihe irgendwo erscheint. Also, das sind wirklich die Top, die Hauptdarsteller jetzt seit vielen, vielen Jahren. Und ich bin da totaler Fanboy. Ja, mal schauen. Äh, die Vorstellung 19 Uhr im Gloria 1 ist bereits ausverkauft. Und 19.15 Uhr gibt es noch eine Parallelvorstellung. Deswegen, weil die andere so schnell ausverkauft war. Im Gloria 2. Vielleicht sollte ich langsam auch mal gucken, ob ich da Karten kriege. Ich kann ja hier mal live gucken, ob noch was frei ist. Ob es überhaupt Sinn macht, das jetzt hier zu verkünden. Ach du meine Güte. Ist fast komplett ausverkauft. Also sind noch, wenn ich so schätze, es sind vielleicht noch 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ja, es sind vielleicht noch 20 Tickets verfügbar. Also, wenn ihr da hinwollt und die Darsteller mal live sehen, wie sie ihren Film vorstellen, und mit denen zusammen den Film gucken, dann müsst ihr schnell sein. Ich auch. Ich glaube, ich wäre nach der Sendung direkt, ja, am Sonntag, den 6. August. Das ist ja quasi in zwei Wochen, der Sonntagabends dann. Na, mal sehen. Vielleicht kann ich da hin. Rerakur-Randevu. So, das waren die News der Woche. Und ein Gewinnspiel haben wir noch. Ihr könnt einmal 2 Freikarten gewinnen für den vorhin vorgestellten Film Talk to Me. Und jetzt habe ich gar nichts vorbereitet. Was sollen die Leute machen? Erzählt mal. Habt ihr eine Idee? Einfach einen Kommentar schreiben, ja? Ja. Das Einfachste. Einen Kommentar schreiben, was sie an Australien am meisten mögen. Genau. Gute Idee. Super Idee. Jetzt ist ja auch gerade die Fußball-WM in Australien und Neuseeland. Genau. Da habt ihr vielleicht ein bisschen was gesehen, was euch gefällt oder rundherum. Ähm, schreibt als Kommentar, was euch an Australien gefällt. Und dann nehmt ihr mit Teil bei den 1x2-Tickets, die wir verlosen. Allerdings muss man sagen, dadurch, dass die ja per Post verschickt werden, ähm, müssten wir es wahrscheinlich so bis, bis vielleicht bis Mittwoch früh oder so laufen lassen, damit es noch rechtzeitig zugesandt werden kann. Mittwoch, äh, 7 Uhr. Mittwoch, da können wir es auch gleich. Also bis Dienstag, Dienstagabend, 24 Uhr. 23.59 Uhr. Ja, genau. Wer da mitmacht als Kommentar, natürlich, äh, wenn ihr nicht, wenn ihr es gerade auf Spotify oder irgendwo hört, ihr geht auf kinocast.net auf die Webseite und klickt einfach den Beitrag zu dieser Folge, zur Aufnahme 772 und schreibt dort diesen Kommentar, schreibt einfach rein, was ihr an Australien mögt und, ähm, dann seid ihr mit drin im, im Topf, äh, wo ihr einmal zwei Freikarten gewinnen könnt für den Horrorfilm, für den australischen Horrorfilm Talk to Me. Und ihr solltet für das mitmachen, ihr müsst ja da eine E-Mail-Adresse angeben, die sollte funktionieren, nur mal so als Hinweis, also wenn ihr irgendeine Wegwerf-E-Mail-Adresse nehmt und ich euch dann schreibe, äh, wenn da irgendwas zurückkommt, äh, ein komischer Responder oder sowas, dann ziehe ich automatisch den nächsten oder die nächste, ne? Nur mal so als Hinweis. Also Talk to Me Gewinnspiel. Puh, ähm, jetzt geht's weiter mit den Serien. Jetzt kann ich erstmal einen Schluck trinken und überlasse euch das Feld. Serien. Ja, ich hab, äh, eine neue Serie angefangen und zwar kam die jetzt erst raus, ich glaube am Donnerstag, Freitag, ich weiß es nicht genau, ähm, auf Paramount Plus. Die heißt School Spirits. Ich hatte davon auch schon gehört, ich wusste nur nicht, wann die rauskommt und bin dann durch Zufall jetzt, äh, gestern oder am Freitagabend drüber gestolpert. Und, ähm, ich kann, ich kenne keinen der Schauspieler, was ich immer ganz cool finde, wenn ich irgendwie in eine Serie rangehe, wo ich niemanden kenne, dann, dann vergleiche ich nicht. Und das fand ich ganz gut. Ähm, es geht um Maddie, gespielt von Peyton List. Ähm, Maddie wacht mit einer ziemlich großen Kopfwunde an ihrer Schule auf und muss leider feststellen, dass sie tot ist und ein Geist ist. Und dieser Geist, also sie als Geist, ist an den Ort ihrer Todes gebunden, die Schule. Ähm, das heißt, sie kann da durch die Schule laufen, während alle anderen Lebenden, äh, rumlaufen und kann die beobachten, kann versuchen auch zu interagieren. Die kriegen aber alles nichts mit. Selbst wenn sie irgendwie was an der Schule kaputt macht, ähm, ähm, wird es innerhalb von Sekunden wieder zurückgesetzt, ist dann quasi nur kurz in ihrer Welt kaputt und dann ist sie aber in der richtigen Welt wieder ganz. Und das ist ganz cool gemacht. Und sie gilt jedoch nicht als tot, sondern als verschwunden, denn ihr Körper, sie, ihre Leiche wurde noch nicht gefunden. Und sie kann sich auch nicht an ihren Tod erinnern. Und das ist ein bisschen seltsam, denn sie ist nicht der einzige Geist an dieser Schule. Es gibt über die letzten Jahrzehnte noch ein paar andere Geister, die, ähm, diese Schule bewohnen, die dort gestorben sind auf verschiedene Weisen. Ähm, und die alle können sich genau daran erinnern, wie sie gestorben sind. Nur Maddy kann das eben nicht. Und so versucht sie, ähm, zusammen mit den anderen Geistern, mit denen sie sich anfreundet, ähm, rauszufinden, wie sie gestorben ist und wo ihr Körper ist. Und, ähm, ja. Sie ist aber, wie gesagt, an die Schule gebunden. Das heißt, wenn sie versucht, das Schulgelände zu verlassen, landet sie automatisch wieder in dem, äh, an dem Ort, in dem sie gestorben ist. Und, ähm, das, äh, ist ein bisschen frustrierend am Anfang. Und das halt auch, das Interagieren mit den Lebenden nicht funktioniert, um die in die richtige Richtung zu schubsen und so, ist auch nicht ganz so einfach. Ähm, aber, äh, wir lernen in den ersten acht Folgen dieser Staffel, ähm, viel über sie, ähm, lernen viel über sie, über die Geheimnisse, die sie umgeben haben und ihre Mitschüler umgeben haben. Und auch lernen wir die Geschichten der anderen Geister ein bisschen kennen. Und, ähm, auch die Möglichkeit, dass man weitergehen kann. Wenn man sich eben von dem, was ihn, was einen noch hält, löst. Und, äh, das ist, ich finde, die Serie ist extrem cool gemacht. Ähm, es gibt auch Rückblenden. Und da ja alles sehr nah beieinander ist, erkennt man die Rückblenden nur am Bildformat. Und natürlich, dass man, dass die Menschen mit Maddie reden. Ähm, das ist wirklich cool gemacht. Mir gefällt es richtig gut. Das Einigste, was ich kritisiere an dieser, an dieser Serie, ist das Intro. Es ist erstens zu lang und zweitens total doof. Ich über-skippe das immer. Das ist, äh, total nervig. Ähm, ansonsten bin ich richtig hooked. Also ich bin jetzt bei der Mitte der siebten Folge von acht und ich will einfach nur wissen, was passiert. Und, ähm, wie geht es aus? Und schafft der eine oder andere Geist, es sich dann doch noch von, von der Schule zu lösen? Und, ähm, ja, wer hängt alles mit drin? Es wird immer, immer spannender und immer verwirrender. Manche Geheimnisse wurden schon aufgedeckt und, äh, manche kommen neu dazu. Das ist, ich muss sagen, ich finde es echt gut. Und, ähm, ich bin echt gespannt. Die letzte Folge heißt schon, äh, Maddy's Body. Und deswegen, ich muss unbedingt wissen, wie es weitergeht, beziehungsweise wie es endet. Und, ähm, ob es eine neue, noch eine weitere Staffel gibt, weiß ich nicht. Äh, dafür ist die Serie zu neu. Und, äh, ich weiß natürlich auch nicht, inwieweit wir einen Cliffhanger haben. Ähm, aber ich kann die echt empfehlen. Die macht wirklich Spaß. Wo gab's die nochmal? Paramount Plus. Ah, okay. Ja. School Spirits. School Spirits. Naja, werd ich mal vormerken. Vielleicht kommt's ja irgendwann sogar mal bei Fortsetzung folgt dran. Ich hab gehört, das ist da auf die Liste gewandert. Mal sehen. Okay, dann haben wir noch Hijack. Das hat ja der Chris schon mal vorgestellt. Da hab ich jetzt mittlerweile auch schon mal reingeschaut. Bin ich aber nicht auf dem aktuellen Stand, muss ich sagen. Das ist schlecht. Aber erzählt ruhig. Das, glaub ich, kann ich ab. Chris, willst du noch erzählen? Du bist gemutet. Das ist wohl richtig, ja. Das ist immer gut, wenn man einen Raum weiter das alles hört. Nein, ich wollte eigentlich nur sagen, da biegt's jetzt langsam aufs Finale ein. Und ich hab zu Kate damals gesagt, sie soll das unbedingt anschauen. Und die guckt jetzt die Folgen schon vor mir. Und hängt auch schon dran so, ööö. Und ich muss wirklich sagen, für mich ist das eine ultra starke Serie, die es tatsächlich schafft, auch mal richtig, richtig gute Cliffhanger reinzubauen. Und ich find die wirklich spannend. Also ich find die extrem gut gemacht, gut gespielt, gut erzählt und alles. Und ich wünsch mir eigentlich gerne ein bisschen mehr von solchen Serien. Weiß nicht, wie es euch geht. Also ich glaub, dass es Kate ganz, ganz, ganz ähnlich geht. Und Erik, du hast jetzt angefangen damit. Du findest wohl auch nicht so schlecht, oder? Ja, ich bin sogar schon relativ weit. Also ich hab ein paar Folgen auf jeden Fall geschaut, aber ich hab nicht die von dieser Woche geschaut. Und ist auf jeden Fall spannend gemacht, wie dieser, also es ist halt, ich hatte am Anfang so die Befürchtung, dass es so Liam Neeson mäßig, wie in dem Film Non-Stop, wo er da in dem Flugzeug ist, so ruckzuck ist die Fresse, Dick Teil 3, zack. Er haut alle um und ist der große Held. Sondern ist halt hier nicht so, sondern der Luther-Darsteller, wo mir gerade der Name nicht einfällt, der Idris Elba, der ist halt, obwohl er jetzt die körperliche Statur hat, dass er eigentlich locker allen Paar auf dem Mütze hauen könnte, glaube ich, spielte hier eher so ein bisschen so einen schüchternen, kontrollierten Typen, der eher so beobachtet. Er ist schüchtern nicht, der ist ja schon sehr selbstbewusst. Naja, aber er ist nicht so extrovertiert oder irgendwie, sondern er ist eher so. Er ist halt sehr durchdacht. Er beobachtet, er analysiert. Er ist ein Vermittler. Genau. Und wir erfahren ja dann auch seine Backstory, dass er eher so bei Vertragsverhandlungen dann mit dazu gerufen wird, wenn die Vertragsparteien dann so langsam auf die Zielgerade gehen, um dann wirklich das über die Ziellinie zu schubsen. Wenn dann wirklich noch so die letzten Sachen ausgeräumt werden müssen, an denen meistens dann noch alles zu scheitern droht und so. Und er bringt sich halt hier so quasi in die Mitte zwischen den Terroristen und den Geiseln, um da so ein bisschen, er sagt den Terroristen, er wäre auf denen ihrer Seite und versucht halt zu vermeiden, dass da irgendwer hier das Leid geschieht und so. Oh ja, ist echt cool gemacht, aber er spielt halt doppelte Spielchen mit verschiedenen Leuten und auch so die, ja, da haben wir so die technischen Gadgets, die da genutzt werden, um da zu kommunizieren und sowas. Das macht halt alles auch irgendwie Sinn, das ist jetzt nicht irgendwelcher Quatsch oder so. Und cool, echt coole Serie bis jetzt. Ja, mir gefällt, was mir halt extrem gut dran gefällt, ist die Art und Weise der Erzählung. Also zum einen, dass man eben hier Idris Elba hat, der versucht das Ganze irgendwie, also der sieht ja, dass die Entführer des Flugzeugs so ein bisschen aufgeregt sind und einen Plan verfolgen, aber dann ein bisschen unruhig werden, weil sie früher anfangen müssen, als sie eigentlich wollten und so. Und so ein bisschen vom Plan abweichen, das spürt er und er versucht sie dann auch so ein bisschen ruhig zu halten und so ein bisschen zu entschärfen. Und gleichzeitig beobachtet er extrem viel und merkt sich massiv Dinge und ich weiß nicht, gefühlt ist der mehr als nur ein Verhandler bei irgendwelchen Großverträgen. Ich habe immer das Gefühl, der ist eigentlich, das ist nur eine Tarnung für seinen eigentlichen Job und der arbeitet, was weiß ich, CIA oder sowas. Keine Ahnung, ich habe total viele Theorien. Ich habe auch voll die Theorie, wer hinter dem Ganzen steckt und ich bin ja auch immer noch der Meinung, dass unter den Passagieren auch noch einer ist, der zu der Bande gehört, der sich quasi so ein bisschen undercover gibt, um dann zu hören, wenn die irgendwas planen oder so. Und die der Revolte planen oder so. Ich habe lauter Theorien. Und jetzt in der aktuellen Folge geht es halt nochmal ein ganzes Stück weiter. Du erfährst, dass es ein viel, viel größeres Ausmaß hat, als du eigentlich dachtest. Und ich bin wirklich gespannt, wo das hingeht. Und das macht mir persönlich richtig Spaß. Ich habe am Ende der letzten Folge, saß ich da und habe gesagt, ich habe wirklich, es war keiner da, ich war alleine außer meiner Tochter. Und ich so, nein, das kann doch jetzt nicht aus sein. Ich kann doch jetzt nicht eine Woche warten. Das war wirklich ein richtig guter Cliffhanger. Und ich so, nein, ich will mehr. Ich bin ja jemand, ich gucke eine Serie in einem Tag durch, wenn es sein muss, ja. Und wenn es der Tag zulässt. Aber das hat mich so geärgert, dass es nicht noch eine Folge gab zum Gucken. Tja, kann nichts machen. Ist halt so. Ja. Also könnt ihr empfehlen auch Hijack. Guckt da alle mal rein. Ja, unbedingt, unbedingt. Das ist schon sehr cool. Hat man schon mal. Ja. Gut, dann sind wir soweit durch für heute und kommen jetzt direkt zu den Musiktipps. So, natürlich. Kate ist wieder am Start. Was hören wir von dir? Ich gehe nächstes Jahr zum Taylor Swift-Konzert nach München. Ich habe Tickets für die Eras-Tour. Was ist München? Im Olympiastadion. Nein. In Bayern. Im Stadion? Also oben er? Im Olympiastadion. Ah, okay. Ja, ja. Ich habe nämlich Tickets für die Eras-Tour gekriegt und ich bin extra hyped. Ganz schön teuer, oder? Und es wird so gut. Über Preise redet man hier nicht als Zwifti. Ja, ich habe ja Tickets für die Pischmode in München. Das war auch huiuiui. Ich glaube, und das war ein Riesenscheiß, ehrlich gesagt, auf gut Deutsch gesagt, mit diesem Ticketmaster und dem ganzen Müll. Der Chris hat mir auch versucht zu helfen mit diesem Magenta-Music. Das war Pain in the Ass. Das war es bei der Eras-Tour jetzt auch, weil man musste sich quasi, also man musste sich für den Vorverkauf anmelden und von diesen Anmeldungen haben nicht alle einen Verkaufsslot bekommen. Das heißt, ich stand auf der Warteliste für den Vorverkauf. Ich habe immer noch keinen Zugang. Und ein Freund vom Chris, ein Streamer-Kollege hat... Shoutout to Meier. Ja, Shoutout to Meier. Meier, du bist der Beste. Sepp Meier. Der hatte einen Slot für Gelsenkirchen und für München und hat im ersten Durchgang keine Tickets gekriegt, weil alles ausverkauft war oder halt nur noch die 500 Euro VIP-Tickets. Und dann haben wir drei Tage später, hat er dann nochmal gucken können, weil dann wurden die Tickets freigegeben, die zwar gebucht wurden, aber nicht bezahlt wurden von den Vorverkaufsleuten. Und da hat er dann tatsächlich nochmal drei Tickets ergattern können. Und deswegen gehen wir zum Taylor Swift-Konzert nächstes Jahr. Und deswegen gibt es natürlich... Nein, ich gehe da nicht mit. Chris muss ja auf die Kleene aufpassen. Ich habe Kurzdienst, aber ja, kurzen Dienst. Aber vielleicht fahren wir zusammen hin und machen da noch ein bisschen Familie oder sowas, weil mein Person wohnt ja in München. Mal gucken, wie ist ja hin. In Minge. Und deswegen kann es ja auch nicht anders sein, dass es heute einen Taylor Swift-Song von mir gibt. Und zwar von ihrem neuen, alten, neu aufgenommenen Taylor Swift-Version-Album vom Album Speak Now und zwar Mean. Ist ja auch gerade wieder so ein neu aufgenommenes Album, irgendwie auf Platz 1 gechartet, wenn ich das richtig gesehen habe. Die hat ja für ein paar ihrer Alben nicht die Rechte für ihre Musik, die sie selber geschrieben hat, die ihr eigentlich gehören sollten, die ihr nicht gehören. Und deswegen hat sie einfach diese Alben nach und nach jetzt nochmal neu aufgenommen und auch ein paar Texte geändert. Das ist das Lied, ne? Ja. Ja, ja, ja. Er hat bei einem Song oder bei zwei Songs sogar den Text geändert, weil er einfach nicht mehr der aktuellen Zeit entspricht und man das heute so nicht mehr sagen würde. Fährst du da hin aufs Konzert und abends wieder zurück? Oder schlaft ihr dort noch? Also der Chris fährt. Achso. Weil ich habe nämlich, als es hieß Deepesh Mode gehen da hin, habe ich als erstes, bevor das mit den Tickets losging, habe ich mir ein Hotel reserviert. Und das war tatsächlich wirklich so, einen Tag später hat es einfach mal das Doppelte bis das Dreifache gekostet. Ja, glaube ich sofort. Die selben Zimmer, ne? Ja. Genau. Nee, wir haben, dadurch, dass es ein Sonntag ist, es sind zwar dann schon Sommerferien, aber ich arbeite ja dann eigentlich wieder. Und es ist das Konzert am Sonntag in der Modernpair-Stadion. Ja, du wirst am Montag, denke ich mal, freikriegen. Da fährt dann der Chris abends oder nachts uns heim. Achso, oder Montag halt freikriegen oder so. Ja, das nehme ich auf jeden Fall frei, aber das muss man jetzt nicht unbedingt noch übernachten mit der Kleinen und dem Hund und so. Das geht ja eh nicht so gut. Ja. Ich möchte übrigens ganz kurz erwähnen, dass ich gerade mit Schrecken festgestellt habe, dass der Erik der Mensch ist, der eine Verbindung zwischen Taylor Swift und Klaus und Klaus herstellen konnte. Siehst du mal. Ei, 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 ei. Die Bäschmode ist am Donnerstag, an einem Donnerstag, an meinem Geburtstag, am 7. März. Uh. Ja. War mir das auch sehr wichtig, da hinzugehen. Da ja in Stuttgart die Schleierhalle umgebaut wird zu der Zeit, kommen sie leider nicht nach Stuttgart. Und ich habe aber, also in meinem Freundeskreis, wir sind ja weit verstreut, die wir uns immer auf Konzerten treffen. Und natürlich auch bei Die Bäschmode hauptsächlich immer treffen. Und ich war 1991, glaube ich, das erste Mal auf dem Die Bäschmode-Konzert und jetzt seitdem immer. Und wir haben alle gesagt, diese Scheiße mit diesem Ticket-System und mit hin und her und her und hin. Und mit diesem, ja, teilweise auch dynamisches Ticketing. Das heißt, wenn nicht mehr viele frei waren, sind die, die noch da waren, teurer geworden. Das ging hoch bis Ultimo. Und wir haben alle gesagt, so eine Scheiße machen wir nicht nochmal mit. Da gehen wir lieber auf kleine Konzerte. Also, ja, also ich glaube, wenn da nochmal so ein Quatsch ist mit Magenta-Musik und Stufe 1 und Ticketmaster Stufe 2 und Stufe 3 ist dein Eventim. Und du musst hier jedes Mal und jedes Mal Server überlastet. Und die ganze Scheiße, das machen wir nicht nochmal mit. Also dann können wir auch andere hingehen. Ah ja, gut, also. Was ist denn dein, ach so, du hast gesagt, Taylor Swift, Mean, Taylor's Version. So, Chris, was hast du denn? Ich habe aus dem schönen Film Fisherman's Friends 2 von den Fisherman's Friends A Sailor Ain't A Sailor. Und ich habe von Kraftwerk Radioaktivität. Ich wollte gerade sagen, was ist das für ein Geräusch? Ach du Junge, hörst du, ich höre auch gedacht so. Passend zu Oppenheimer natürlich. Okay. Okay. The sailor ain't the sailor ain't the sailor ain't anymore. Da, 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 da. Nee, es war ein anderes. Aber auch Klatsch, Klatsch. Danke, Erik. So viel von dir. Dann vielen Dank fürs Mitmachen. Bis morgen in der Sneak und bis nächste Woche dann hier in dieser Sendung auf der Plattform, wo ich auch immer das gehört habe. Lasst ein paar Likes da, lasst ein bisschen Liebe da, Kommentare, denkt dran, Talk to me, Gewinnspiel und so. Dann bis dann. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Und auch. Tschüss. Vielen Dank.